Ich checke nicht, für was er jetzt runterfällt. Ich meine, das ist exotiert, aber warum muss er jetzt runterfallen komplett? Was spricht das? So, jetzt habe ich das freigeschaufelt, aber ich weiß nicht, für was. Mal schauen. Kleine Blockade wieder aufgemacht jetzt, ne? Ah! EP gedrückt. Schön. Geil, und da habe ich schon erwischt. Wo ist denn der Stalagneten? Oh, wo ich bin? Ja, ich krieg's schein aufm Schädel, ne, ich geh rauf. Ja, ich bin ohnmächtig, ja, danke. Da bin ich noch nie gestorben. Ja, das ist... Ja, das ist... Ich habe mal auf den scheiß Stalagneten an der Titten da rauf gezogen, ne? Das Ziel wurde gemendigt. Der Sora Machteros bewegt sich nicht mehr. Pssst. Auf, auf, Klärens. Was? Moment! Haltet euch bereit, denn der Nergigante ist hier. Der Nergigante. Natürlich ist er das! Jäger, haltet euch bereit zum Abfang! Der Nergigante, da oben auf dem Wasser! Ja, muss das jetzt... Ich bin mitten im Kampf da, Alter! Ja. Was tut das? Ich weiß ich nicht. Ich bin mitten da rein. Ja, wohin? Jetzt hau ich irgendwo hin, ist ja klar. So, ich geh mal rauf. Ich geh mal rauf zu dir, ne? Der fliegt ja automatisch davon, oder? Brauchst du gar nicht draufhauen, ne? Aber... Ich hab's nicht gesehen, Alter, jetzt wär die Ohnmächtige da. Ist der Starne am Kopf flog? So wie mir! Na wo sie sind, sie? Los! Los! Du selber! Ehrlich? Der Sohn hat sich nur freist! Das ist schon in Ordnung! Jäger, konzeptiert euch! Ihr müsst den Nergigante davonjagen! Warum eigentlich muss man denn... Warum ist man denn eigentlich weg, Junge? Was tut denn? Ja, eh nix. Ist jetzt so ein Starne oben hin? Na, ich hab nicht... Ja, sehr. Ja, bei mir ist ein Aussetzer. Ich weiß nicht, aber was da passiert? Ja! Jäger, macht weiter! Es liegt an euch! Jägerschnitzel macht weiter! Ihr müsst den Nergigante davonjagen! Los! Ja, ich kenn mich jetzt gar nicht aus. Jetzt bin ich einfach mal hinten, oder? Irgendwie, oder? Ja, ich weiß ja, ich bin ja... Ich launt und dann fliege ich wieder mit einem Flugdrafen weg. So. Jetzt hab ich ja die Sachen drinnen nicht einmal looten können. Ja. Ja, ich hab auch nix gekriegt, ne? Das ist alles. Kapitän da gestorben ist. Aber hinten... Ich kenn mich nix aus. Der Nergigante hat den Rückzug angetrieben. Ja, ich komme auf Fliprix, super. Ja, ich hab gar nix gemacht mit denen, ne? Den Brass, ich kann nicht machen eigentlich dann, ne? Alter, wo... Jetzt trotz sie, fix! Das ist so eine behinderte Ding, alter, ehrlich. Na! Was ist da, ey? Ich flieg da durch, Hobi. Jetzt kannst du ja nix mehr tun, wer ihr den Nergigante habt. Das ist verledigt. Also gut, fangt ihn an der Barriere ab! Jäger, zerstört ihn an der Erde! Kannst du mir eine Kristalle vielleicht mitnehmen? Ja, das ist ja was. Hoppada! Was ist da? Also, ich bin hinten. Ah, okay. Ach, ist der Ding da aktief? Das Ding da drinnen? Ich weiß das nicht. Ist er wieder aktief? Ja, der leicht hat ja noch. Super! Bei mir fahre ich mich ja außen auf einmal, ne? Ja, der Brei! Haha! Ah! Ja! Bis ich da oben bin jetzt auch. Ja, bis ich da oben bin jetzt auch. Ich sag mal, ist dein Alarm machst, ne? Das ist schon ein bisschen zart, ne? Das Viech. Ja. Ja, schon. Wo, wo kletter ich eigentlich hoch? Hätt ich ja eh was gemacht. Ich komm da. Ja. Ja. Ich bin kletter. Ja. Ja. Es ist mir egal, was es kostet. Ihr müsst den Sora Magdoros so weit wie möglich schwächen. Ja. Das ist die letzte Bastion. Es gibt keine zweite Chance. Alles ist verloren, wenn der Sora die Barriere durchbricht. Ja, ich bin ja nicht noch fertig. Ich würde gleich noch. Ich wünsche mir. Alter, was ist das? Das ist ja nicht normal. Das ist ja nicht... Hier drüben! Was ist das? Ach so, ich schieß dann da eben. Na ja, ist ja gut. Alter, nicht zurück! Okay. Ah, das ist echt, was siehst du. Ist ja gut. So. Geh mal! Lade rein! Ich kann mir kein Schiff mehr eingeladen da. Jetzt sind... Was? Ich will gerade kugeln. Jetzt ist es wieder leer. Hat er wirklich rausgekugelt oder was ist mit dem? Ich weiß ja nicht, wie ich es den fixieren sollst mit dem komischen Saal drüben, ne? Ja, dann... Du schießt... Du nimmst das aber bei den Ballisten ein Ding rein, bei den Waffen und dann schießt du nur an damit. Ja. Alter, ich stirbe da auch noch, wenn es ganz krass damit läuft. Ja. 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 Ich weiß nicht, dass du feierst, das ist sowieso dran. So. Ich schau nochmal... Okay. Passt. Schmeiß rein, das Kugel. Ja. Ich gebe alles. Ich will einfach den Löwen. Ich kann da auch drüber sprechen. Nein. Achso. Die anderen? Da mag ich bloß diesen Sein Horn rein. Achso, die anderen? Ja, da unten sind beim Schiff sind auch wir rein. Da unten war ich gar nicht. Man muss drüber springen. Du musst drüber springen. Du musst drüber springen. Und was macht den mit seinen Hohern? Du kannst den Rachen speer aus lösen, ne? Okay. Okay. Kannst du dir jetzt auslösen? Jetzt lösen ihn aus. Macht über 3.000 Shows, weißt du? Boah. 3.636. Wird was geht. Ah, jetzt ist sie weiter hinten wieder, gell? Mhm. Der Sohn an Macht daraus ist doch lange nicht schwach genug. Keine Ahnung, wir abfeuern. Okay. Die, die verigelt da, die zipfen ja noch. Die rumschwirren da immer. Tutel dir her, mit da drüben, ganz allein. Ja, der macht das. Die Micky Scheine. So. Ist so ruhig, gell? Was ist da los? Nein, schießt, steht er nicht. So, ich muss wiederholen. Der Sohn an Macht daraus ist immer noch nicht schwach genug. Ja, Mädchen, was soll ich machen, wenn er noch nicht schwach genug ist? Ich meine, ich kann mich nicht zum Essen einladen. Wann ist er schwach genug genug? Vor allem, wie sie das immer weiß, gell? Ne. Wann kann ich nur vorteuschen? Alle Kanonen sind einsatzbereit, stimmt die gar nicht? Meine sind nicht einsatzbereit? Ja, super, jetzt fliegt er vor. Ja. Ja, der ist... Ich werde ihn gleich wieder einsetzen. Ja. Wenn ich halt der... Nein, der darf ich nicht. Obwohl er so ein Aneem ist. Ich darf es nicht. Das ist nur ein Feuerwerk. Drausend schießen sie. Ja, schön. Ich denke, das ist ein Spiel. Dabei ist es draußen. Dass die die Kanonen einfach nicht in seine Richtung drehen können, das ist unglaublich. Ein Kugel in, ein Kugel da. Und da geht's schon. Jetzt ist er da. Jetzt ist er nichts daneben, ne? Wenn man da schon die Barriere angreifen kann. Wie weit soll der Note dazu kommen, ne? So. Schmeiß rein in die Kugeln da, alter. Alle noch zwei. So, ne, der Bomben nicht gleich. Hier kriegt man vorhin seine Schnauzen vorne irgendwo? Ding, oder? Ist das ein Spendon-Bonus-Ding? Was hat er nicht zu tun? Ich schieße mal drauf. Ich schieße mal drauf. Gibt er so verwundbar aus. Machen wir gleich, dass er los ist und dann passt er wieder drauf. Ich schieße mal so drauf. Unterberg ist sein Kind, ne? Jetzt macht er 20er Schaden. Mit den Ballisten. Dann ist es immer alles besser. Wenn es richtig gestellt ist, macht er es auf 45, glaube ich. Wo? Das ist die richtige Stelle? Ja. Oh, ey. Er hat gerade weggekramt mein Gerät. Am Schießen. Der Arsch. Wir haben einen Notfall. Wir haben einen Notfall. Was heißt denn, der Notfall? Jetzt probier ich mal die komischen Speere da. Und fixieren. Wer war? Ja. Jetzt hat er ihn fixiert. Bringt das jetzt was? Ja, steht dann still. Oh. Ich hab' den Punkt geschoben. Ja. Ich hab' den Punkt geschoben. Oh. Ich hab' den Punkt geschoben. Hm. in alles was ihr habt ist der scheiß Speer mal wieder einsetzbar? das wäre ja super schießen wir ok da war ich nur ne? ihr nehmt... ah ist es schon hängen ist es schon kaputt und tschüss ich habe gewonnen so jetzt schauen wir mal ne? Hitzeschuppe blauer Rückenpanzer Kamm habe ich einmal gekriegt super Belobigung die Belobigung das habe ich noch nicht geschmolfen Rückenpanzer, Lichtkristall Unkamm habe ich auch Sammelst du sie kann etwas Großartiges passieren Stell 5000 Irgendwo kann man die eintauschen Das ist die gute Frage Nächste Frage Forschungspunkte Super Wir müssen mehr Spuren vom geheimnisvollen Monster finden Wir sollten alle Regionen abklappern Du kannst dich auf eine Expedition oder eine optionale Quest begeben Triff deine Wahl Der Safari-Trupp ist zurückgekehrt Mh Die würden Objekte verwalten Sachen einpacken Schön Was der Safari-Trupp so da herbringt Bist du schon umgezogen jetzt in die Luxusbude eigentlich? Ich habe die schon, ja Ich habe einen Sprint-Extrakt Zerfari Zerfari Vier Quests, welche brauchen die noch bei mir? Frostbeutel, Frostbeutel, Frostbeutel Sollten wir alles nehmen Nehmen wir alles Und was? Schicken wir gleich wieder los Die Burschen Okay Partner Wir müssen mehr Spuren von geheimnisvollen Monster finden Wir sollten alle Regionen abklappern Du kannst dich auf eine Expedition oder eine optionale Quest begeben Triff deine Wahl Bitte, gehen wir in Star der VW sein Was machst du? So Also da ist ein Schnürschnull Ja Ich gehe wieder zu dem Zoar Scheiss, glaub ich mir, bis ich das brauche Ja Was soll ich herstellen? Aber jetzt mache ich einen Ufer für die Meerige, Alter Ja Hauptsache jetzt das Material kriegen wir noch Genau Sonst scheiss ich mich an Wenn es mit anderen schneller geht, Alter Das ist ja echt furchtbar Das ist ja echt furchtbar Was war das Event, gell? Kurz vor Sonnenaufgang, sooo Da ist es schon einer Ist es einer? Oder? Ja? Nein, achso Ich wollte es selber auch nicht bekannt machen, deswegen Event Da ist er aber trotzdem Achso, das bist du Jetzt bin ich Was? Bereit? Ja Ich Ja 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 Ah 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 Ich brauche mehr anderes Ich brauche mehr Unterwürfen Sext Ausrüstung ändern, kurz. Wir haben nicht relativ mit Schießpulver präpariert. Benutze deine Schleuder, um sie zu sprengen. Ausrüstung ändern. Wasser, genau der, wo die Hände. Das dürfte besser sein, ne? Ja, probier's halt einmal. Weil dort Wasser 210 drauf noch, ne? Extra. So, was zum Essen mitnehmen, schön. So. Verbrinken ist mein Mann und das. Ja, schauen wir mal. Oh, ich muss geissen jetzt, oder? Ich weiß gar nicht. Ich hab's. Ich bin schon unterwegs. Okay. Juhu! Hey, Gammler! Tja. Tja, rutscht man halt vier. Na, wo ist denn jetzt der Kern? Hehto, ne? Magma-Kern gefunden! Hey, Papa! Komma! Ja, hahaha! Ah! Schauen wir mal, das ist. 103. Ja, auf zum Bewegen. Ah, tut's weiter! Da. Ah! Da. Ist auch sie... Aha! Mein Wasserpistolen da. Ausgespritzt, die Waffen. Gute Arbeit! Suche den nächsten Magma-Kern! Irgendetwas passiert mit dem Panzer! Der Magma muss halt etwas sichern! Rückenpanzer, gekriegt! Rückenpanzer, ja, es ist ja auch heute. Also, da. Beide nichts zurück! Bambambambambambam! Vam dann, nochmal mit noch ein bisschen, na, jetzt. Ich rum nicht weg, Alter. Ich ruul, er ruult noch hinten. Ich ruul ruch auch auf die Zeit. Ja. Er kann's ned, Alter! Warum geht das nicht von selber aus? Das ist ja so blöd. Ich steh zwischendrin, ich krieg's trotzdem ab, Alter. War jetzt schon dran. Geh doch kaputt, Alter. Ich weiss nicht. Ja. Mit der Rückenband schaut immer. Achte auf das Magma. Achte auf das Diaphragma. Das fängt an sich. Hoppala. Ich geh mal aufreizen. Ja, stimmt. Müss ich ja noch machen. Schaut da Chaos an. Ich glaube, der Soha Magda aus lädt Energie auf. Ja. Mach weiter, bis er nachgibt. Wir können nicht zulassen, dass er seine Energie freisetzt. Ja, ja. Das ist ein bisschen schwächer, die Waffen eigentlich. Aber, wo geht's eigentlich? Die Mafia ist was? Was legt da am Bauch? Die Mafia? Klar drauf. Ja, pass auf. Du hast wieder ein Gesäferl. Ja. Nimmst du ein Gesäferl, kriegst du wieder einen auf den Deckel. Der ist bestrofen. Ja. Was ist denn jetzt los, Alter, hintereinander? Alter. Alter. Da geht's voll hoch. Alter, das ist jetzt nicht mehr so. Alter, das auch. Du, ich sehe das ja nicht einmal, Alter. Kannst du mal ausbrechen, ne? Der Mafia hat die Sitzung wieder verlassen. Alter, das ist geradeaus da. Ich weiß nicht, was das ist da, ne? Das kannst du weghauen da, ne? Ich weiß noch, was da für ein Special dahinter ist. Alter. Der Walter. Der Walter. Der Walter. Ich fahr mit dem Radl auf dem Beeren. Scheiße. Ja, ich hab schon gedacht, er kommt jetzt aus unten in das Radl pack, ne? Dass du mal nicht darfst, ne? Ja, dann haut mich aus, hätte ich gesagt, ne? Ja, das muss ich nicht machen. Also auf ihn, ne? Jetzt Feuer! Bist du schon drin, ne? Das Ziel wurde gewendigt. Der Zora Magteros bewegt sich nicht mehr. Juhu! Das Tier fragt, man bewegt sich nicht mehr. Ah, okay. Komm her jetzt. Haltet euch bereit. Der Merchgigant ist hier. Ja, Meister, der Jagd, ne? Sitzt ganze Zeit am Seisel drin, ne? Denk mir, wir wissen das für woi. Das ist gar nicht so. Beim Endding sitzt du ja dann am Boden, weil kein Seisel da ist. Ja. Da denk mir, das ist der Meister. Ja. Ja, das ist ja schon old. Geht's noch da unten? Ja, hopf runter. Ja, ja. Ich komm nicht runter, was ist jetzt da? Mh, Bock weg, die Scheiße. Da. Ja. Ja, der ist aber nicht nur fertig, ne? Hat er nicht gesagt, dass das stört ist, ne? Schwierter ist das scheiß Rückenpanzer, Alter. Ja. No, mein Rückenpanzer. Oh, dann wird's mich verarschen. Der Sora hat sich befreit. Ja, es sei mal nicht böse. Das ist schon in Ordnung. Jäger, konzentriert euch. Ihr müsst ihn der Gigante davonjagen. Ja, den Bauchminut weg, Junge. Sie geht ja automatisch weg. Nein. Hört euch bereit für den Schock. Lasst euch nicht abschütteln. Schon der Walter ist dabei jetzt. Ja, ja. Siehst du, der war mit dem Raben. Ja. Der ist schon herquetscht, ne? Ich komm schon. Der Sora hat der Ausflug an sich aufzubäumen. Jäger macht weiter. Es liegt an euch. Ihr müsst den der Gigante davonjagen. Los! Ich hoffe ja genau in den einen in den Kometern da, dass es sein soll. Schön. Oh, da liegt was. Rückenpanzer. Ist das nicht alles Rückenpanzer, oder? Ich weiß, normal, ne? Jetzt bin ich schon zu sagen, aber... Keine Ahnung. Kämpft gegen den keiner, gegen den der Gigante. Nein. Interessiert keiner mehr. Der Nervenpanzer hat den Rückzug angezündet. Jetzt geht er. Ich komm und er geht. Er hat Angst von mir. Ich weiß nicht. Ein Problem, dass wir uns nicht mehr kümmern müssen. Setz den Einsatz fort. So. Ja, jetzt haben wir nichts mehr zu tun. Nein. Alter, wie schön. Ich meine, ehrlich. Der Soma Makleros kommt wieder auf die Beine. Er stößt weiter vor. Pass auf! Ja, pass auf! Was ist denn da? Was ist denn da? Ich bin durchgeflogen. So. Und jetzt? Also gut! Fangt ihn an der Barriere ab! Ja. Das ist ja ein Rittiger Transformer. Der Soma. Fahne. Ich bin total schwer. Wir schicken immer wieder bei der Einladung für ihren Kind. Nein. Aber so, wir sind da auch echt eigenartig bei dem Sprung, immer noch. So. Alter, bitte, fliegen wir nur nicht irgendwo wieder am Schädel, bitte. Jetzt können wir nix tun, da steht nicht, wer in der Gigante hat, das ist auch nicht, aber jetzt müssen wir warten. Ja. Jetzt können wir ja nix tun, außer warten. Und schauen, dass wir halt in die Dinger nicht rennen. Ich sag hier nur aktiv, nein. Unglaublich. Hm. Ein Wahnsinn. Unglaublich. So. Ich setz mich da jetzt her, da. Das letzte Gefecht. Poste. Bist du mich? Ich kann mich über dir. Ich darf, was es kostet. Ich rutsch da herum. Ich hol mir da noch ein paar Schuppen. Der Blutdrafenreise. So. Ist klar. Ich muss selber die Kanone laden, ne. Das ist ja nix. Alter nicht zurück! Ja, ich hol mich eh nicht zurück. Okay. Ich bin dran. Ja. Ja, ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Einmal, du Busch! Geh weg, Alter! Schieß jetzt nicht meine Kugeln da ab! Schöne, dicker Busch! Der war schön! Das ist er wirklich! Hm? Schon richtig ins Maul! Ob der weiblich ist? Das ist er nicht. Ja, normal schon, weil das heißt, das ist so, oder? Jetzt möchte ich gerne wissen, wie dann der Mann ausschaut! Jetzt sind meine Kugeln wieder fort, wo sind die? Der muss ja ein riesen Rohr haben, Alter! Ein glühten Stift, ne? Hahaha! Jetzt schau dir die Pappen an, Alter! Wenn der da im Mund einmal reingeschiebt, da! Jetzt ist irgendwas abgerufen! Ja, weil dann bricht viel! Ist das ein Kamm gewesen, dann muss ich nachein hupfen ins Wasser! Ein Kamm, Alter! Hahaha! So! Das hat er wieder schön ins Gesicht! So, nehmen wir mich! Der Wald, der Loder, da hinten! Hm? Gehen wir! Ja! Ach, der kann einen anderen kaum mehr verschieben! Ja! Ja! Brauchst du Augen bewegen ein bisschen, ne? Gut, das ist jetzt was! Das müssen wir mal an der Zeit! Ne? Das sind deine Skills! Was du lernen musst, ne? So lerne dich! Das ist ein Level Up, ne? Cool! Ja, ich meine jetzt... Ich meine jetzt... Ich meine jetzt nicht... Ich weiß es auch nicht, Alter! Ich hab gedacht, dass du es gewusst, ne? Ich weiß es nicht! Ja! Ja! Der Walter hat das jetzt gemacht! Der hat mir schön was beigebracht! Ich scheiß mir! Der Soranakt daraus ist doch lange nicht schwach genug! Ja! Vielleicht steht dann... Oder Schwäche! Hey, Alter! Ich meine jetzt sei mal nicht besser! Jetzt wird es ja da gefährlicher, damit wir leben! Ja, der Dings... Der geht ja zum Stehen eigentlich da entlang, ne? Dass ich es explodieren kann, weil es ist wie ein Tompülze! Ich weiß es nicht! So ist... Ja... Kanone bewegen! Ja? Alter! Komm her da! Komm her da! Komm! Mädchen drauf her! Komm her da mit deinem Schädel! Jetzt kann ich schießen! Nein! Aber ich hab mich drauf, Alter! Der Soranakt daraus ist immer noch nicht schwach genug! Ja, dann... Es gibt's einen... Schwächen immer mit deinen Sprüchen! Oh! Ist er jetzt schwach genug? Daumel! Warte mal... Wo ist denn da das... Ich hab ja keinen Ballisten zum Schießen! Ist doch schön! Ja... Ich lade die Kanone mit Liebe! Mhm...